Einen wunderschönen guten Abend hier heute in Hof in der Freiheitshalle. Die Oberbayern! 29 Delegationen, 376 Teilnehmer, 257 Athleten, der Brunsa. Max Kühnreich und Sarah Langer. Die beiden sind hier in den nächsten Tagen als inklusives Special Olympics Bayern Reporter-Duo unterwegs. Wir sind bei den aktuellen Spielen, aber bevor wir zu denen zurückkehren, noch einen kleinen Blick auf die letzten Spiele in Lahm. Für die wahre Schönheit wächst leider noch kein Blatt. Für die wahre Schönheit wächst leider noch kein Blatt. Für die wahre Schönheit wächst leider noch kein Blatt. Für die wahre Schönheit wächst leider noch kein Blatt. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben. Vielen Dank. Applaus Liebe Sportlerinnen und Sportler, hiermit erkläre ich die Special Olympics Landesspiele Bayern 2017 offiziell für EFLED. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.